Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und ich habe einen kleinen Adventskalender mit der lieben Nadine von Nadine's Kreativ. Habt ihr ja gestern schon das erste Video gesehen. Heute ist der 2. Dezember, deshalb nehme ich euch mit heute, um das zweite Päckchen auszupacken. War gestern, ich hatte noch keine Zeit, um es wegzuräumen. Also für die, die es gestern noch nicht gesehen haben, ich habe gestern dieses Streu-Deko bekommen. Sehr cool, kleine Engelchen. Und schauen wir mal, was sie heute drin hat. Sie hat es auf jeden Fall sehr schön verpackt. Eine kleine Dose hat sie gebastelt. Das mag ich sowieso ziemlich gerne. Hier hat sie so ein Rentier koloriert und drauf gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist von Stampin' Up das Rentier, weil Nadine verkauft ja auch. Also ist ja eine Demonstratorin, Stampin' Up Demonstratorin. Und da würde das ja natürlich... Ah, ich sehe schon. Sehr schön. Schau mal, wasch die Tape. Oh, das Papier sieht toll aus. Tolles Papier. Punkte sowieso. Och. Herzchen. Fokus. Das liegt wahrscheinlich, weil ich so viel im Hintergrund habe. Bei mir sieht es auch wieder aus wie Sau. Lasst euch deswegen nicht stören. Das. Und dann hat sie hier. Oh, das ist eins von diesen Kawaii-Dingern. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall sehr niedlich. Sehr, sehr niedlich. Und dann hier noch Washi-Tape mit Sterne. Oh, Sterne sind auch immer... Die gehen auch immer sehr schöne Farbe. Auf jeden Fall finde ich den Mix auch cool. Diesen Farbmix sehr schön. Vielen lieben Dank, Nadine. Hast voll ins Schwarze getroffen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie dieser... Dieser Panda heißt. Aber dass der ein Ballerina-Kostüm an hat, das finde ich schon wieder zum Schreien. Aufhören. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Ja, wenn ihr gespannt seid, was am dritten drin ist, dann schaltet morgen wieder ein. Ich freue mich jetzt schon. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.